Das Winkelstück von Zahnarztin Dr. Meier hat einen Defekt. Statt es fachgerecht zu entsorgen, schickt sie es einfach in die ProRepair-Werkstatt zur Reparatur und profitiert von vielen Vorteilen. Wie das funktioniert? Dr. Meier füllt einfach online unter henryschein-dental.de slash prorepair den Reparaturauftrag aus. Mit einem Klick fordert sie kostenfrei einen versicherten Abholservice an und freut sich über einen attraktiven Festpreis. Sie kann eine ProRepair-Versandtasche bestellen oder eine eigene Verpackung nutzen. Per Mail bekommt sie eine Bestätigung geschickt, die sie dann in ihre Verpackung dazulegt. Mehr muss sie nicht machen und kann sich schnell wieder um ihre Patienten kümmern. Der Abholservice kommt vorbei und in der Regel ist die Reparatur nach nur 24 Stunden nach Ankunft in der Werkstatt schon fertig. Kurz darauf hält Dr. Meier das reparierte Instrument in den Händen und freut sich über Originalersatzteile mit einem Jahr Garantie, die dem neuen MDR-Gesetz entsprechen. Dank der ProRepair-Werkstatt spart sie nicht nur Zeit und Geld, sondern handelt auch nachhaltig, der Umwelt zuliebe. Haben sie auch ein defektes Kleingerät? Die Techniker der ProRepair-Werkstatt sind für Sie da. Nähere Informationen erhalten Sie unter henryschein-dental.de slash prorepair.